Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Wahrscheinlich nicht. Aber das sind zwei Glasplatten. Zwei kleine. Das sind Probierstöckchen. Die großen Glasplatten habe ich noch drin. Oder ich muss die zusammenschneiden. Und dann natürlich auch verkleben. Und das werden wir bei den kleinen Platten hier. So, jetzt kriege ich es nicht an. Bei den kleinen Platten werden wir das mal ausprobieren. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Köpop-palat Ja, ich viele. Das ist so slaughterhouse ausprobieren. Wie ist die Blö experiments stack? Das ist nicht das einezepbe. Also halten tut das jetzt einmal. Also halten tut das jetzt. Musik Musik Ich habe mir da so eine Schablonen gebaut, also ein Getrichter aus Holz, damit ich sehe, wie das ausschaut. Und jetzt muss ich da die trapezförmigen Eckerl aus dem Glas rausschneiden. Haltert mir die Daumen, dass das funktioniert. Das hat nicht geklappt. Nachdem ich ja versucht habe, diese Dreiecke zu machen, wo es mir ja nicht ganz gelungen sind, dass es da eine Ecke ausbauen, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, dann sind wir ein paar zersprungen natürlich. Und natürlich habe ich mich entschlossen, das beim Glas auch machen zu lassen. Ich hoffe, man sieht, dass das wirklich tipptopp geworden ist. Musik 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 Die Sagen habe ich jetzt alle verklebt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Halleluja! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.